Die hier nicht sind. Fuck. Wie heißt die Conduit-Pasade? Genau. In a place hidden. Ah. Okay. Klappt gut. Da muss ich wieder was grillen. Dafür gehen wir bei uns in... Oh, ich muss die Fenster auch immer noch ändern, ne? Überall so 30 Millionen Baustellen. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es hasse, wenn Benachrichtigungen die ganze Zeit offen sind? I'm a little monk. Hello. So. Ach, kommt aus einem zwei raus? Das ist ja geil. Wusste ich nicht. Aber ich kriege aus acht auch nur eine Conduit-Pasade raus. Und ich brauche ein paar. Ich kann zwei, kann ich schon mal machen. Einen Apfel kann ich auch essen. Oh, neue Äpfel. Das ist aber auch endlich weg. Achso. Achso. So. Dann gib mir... Achso. Ich hätte das vielleicht reinpacken sollen. Give it to me. So. Achso, das kann da rein. Das muss wieder hier runter, weil wir ja natürlich keine Energie hier oben haben. So. Ach, leck mich doch. Oh. Mann. Ich brauche einen Capacitor. Kappa. Da. Ich habe es aber noch einen Doppel. Increase Energy, Storage and Speed. Increase Energy, Storage and Speed. Ich weiß gar nicht, ob der da auch reingeht. Ich glaube es nicht. Ja. Magie. Äh. Energie. So. Und der muss so gemalt werden. Nehmen wir dichter wieder raus. Und jetzt gehen wir damit hoch. Genau, und das ziehen wir halt jetzt da so durch. Bis dahinter. Das heißt, ich kann das da auch endlich abbauen. So. Ich kann das nämlich auch endlich weg. Ich brauche nur mehr von den Conduit-Bindern. Aber die können wir ja machen. So, so, so. Einmal 64, bitte. Dann packen wir das hier rein. Einmal 32 hier, einmal 32 da. Ja, so. Dann können wir gleich wieder mehr machen. Vielleicht kriegen wir sogar die... Dings fertig. Die Schmiede. Ach so. Upsi. Sechs Stück haben wir. Da ist die Painting Machine. Sechs Stück brauchen wir sicherlich noch. 3, 2, 1, go. Ach so. Die nehmen wir wieder zurück. Nicht, dass wir aus Versehen welche so anmalen. Das wäre ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich muss die hier von... Ich glaube, ich muss die hier von... So. Hier dann den normalen. Hier kann ich... So, dann brauche ich noch 1, 2, 3, 4. Vier Stück noch. Dann habe ich da die Fassade fertig. Und da kommen dann die Sachen raus. Sehr gut. Und dann brauche ich logischerweise die Fassade für hier. Also, ich brauche noch einige. So. Ach so. Hahaha. Ich habe noch... Die Sachen noch gar nicht geholt. So. Nochmal 44. Kriegen wir nochmal 5 raus. Halt. Irgendwann gewöhne ich mich dran. So. Vier brauche ich. Dann ist der Boden fertig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann brauche ich Oakwood... Nicht Planks. Locks. So. Genau. Dann brauche ich die... Locks, weil die gehen von da oben nach da runter und dahinter und da rüber. Und dann... Ach so. Nee, 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 nee. Da kommen ja die... Die Capacitor Banks sind hier runter. Stimmt, da war ja was. Ach scheiße. Ja, okay. Deswegen brauche ich trotzdem mehr Kabelfassaden und... ...Oakdinger. Weil... ...ich das trotzdem noch verkleiden muss. Ich kann da nur doch keine Storage-Draw hinmachen, weil... ...die Capacitors da hinkommen. ...habe ich ja wieder völlig vergessen. So. Ähm... ...halt. Nochmal 22 und 22. ...hier rein mit dir. Conduit for Sade. Sieben Stück. Und ich brauche Oak... Ähm... ...und... ...bist du mich bearbeiten, dass ich da keinen mehr habe? Muss ich da echt runtergehen jetzt? Und da ein so ein Ding rausholen? Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... ...dreizehn, vierzehn. Ich habe sieben, die Hälfte. Okay, ich brauche noch mal sieben. Da ist sie. Äh... Seht ihr, das mal sie schnell. Das ist gut. So. Hoppala. Finger falsch auf die Tastatur gelegt. Jetzt muss ich da wieder hoch. Moment. Ich habe Dirt. So. So. Achso. Ehehehe. Was? Was war das denn jetzt? Was? Ist mir gerade in meiner... Ist mir hier... Ist mir gerade auf meinem Dach ein Enderman gespawnt? Willst du mich verarschen? What the fuck? Why? What? Alles klar. Äh... Auch zu. Okay. Okay. Ich vergesse das mal ganz schnell wieder. Wir brauchen noch 56 von diesen Conduit-Dingern. Dann haben wir nämlich alle Fassaden. Da sind noch 20. 20. Sieht schlecht aus. Wir brauchen noch ein paar. So. So, hier diese, da, da. So, 40 habe ich noch. 80 kann ich damit noch machen. Dann fehlt mir leider Gravel. Wie immer. Ich habe einen ganz schönen Gravel verbraucht. So. Wir teilen hier mal wieder solidarisch. Ich muss was trinken. Wenn wir die hier, also wenn wir jetzt so alles verkleidet haben in der Schmiede, dann schauen wir mal, dass wir das mit den Drawern alles hinkriegen. Wäre schon geil. Ich muss jetzt dann nur kurz Essenspause machen. Weil vielleicht schaffe ich es dann tatsächlich heute, einiges vorzuproduzieren. und Oh Gott, warte, sein Brain Lick. Ähm. Und einige Stunden noch aufzunehmen, weil ich hätte richtig Bock jetzt weiter Minecraft zu zocken. Ich streame halt um 16 Uhr. Aber ich habe auch so nichts mehr vor. Mit dem her passt das schon. So. Da. Hau die 7 noch raus schnell. Und außerdem kommen wir dann auch mal weiter, wenn ich längere Sessions mache immer. So, sieben Stück. Das heißt, wir... Die lassen sich nicht drehen. Okay. Ähm. Gibt es dafür nicht eine Ranch? Oder lassen wir das einfach so? Ich weiß halt nicht, wie es von oben aussieht. Wir gehen mal kurz gucken, wie das von oben aussieht. Ist eigentlich auch nicht so schlimm. Wir müssen nur die umdrehen. Geht eigentlich. Gib mir das mal. So. Ähm. Genau. Aber wir könnten auch mal die Ranch machen. Ich weiß, dass es von NDAO eine gibt. Ich weiß nicht, ob man die damit dann drehen kann. Ähm. Ranch. Ach nein, es ist Electrical Steel. Willst du mich verarschen? Hat die... Funktioniert die Buildcraft Ranch nicht auch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, die funktioniert auch. Aber damit können wir nicht drehen. Okay. Schade. Aber so haben wir halt immer im Üblich, wo wir Sachen durchlaufen haben. Damit hätten wir die... Die ist soweit fertig. Die Frage ist halt jetzt... Ich glaube, das müssen wir ausprobieren. Ich glaube, dass wir hier alles... Wobei wir diese Kristallsachen auch in die Vierer packen können. Aber ich habe jetzt zum Beispiel hier noch Symba Ore. Symba ist auch immer alleine. Buxit. Buxit ist auch alleine. Copper nicht. Copper hat einen Dreier. Höhöh. Ähm. Jetzt packe ich mal den Rest hier oben wieder rein. Den hier. Den nicht. Trims brauchen wir auch noch. Aber dich. Keine Ahnung, für was ich das Silikon nochmal gebraucht habe. Die Range kann auch rein. Oh, wobei, ich frage mich halt... Wir schließen ja unten die Dinger... Ach, oh Gott. Äh. Drills, die Laser Drills auch direkt ans MI-System an. Ich glaube, es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir da drüben in der Schmiede... Wenn wir das da drüben in der Schmiede noch haben. Also die ganzen Ores. Ich glaube, das ist einfacher, wenn wir hier einen Tisch hin machen und dann nochmal ein ME-System anschließen. Dann hat sich auch die Kiste erledigt. Dann machen wir da einen Bass rein, damit das alles automatisch reinkommt. Oder? Schon, ne? Aber die ist auch theoretisch gerade leer, ne? Ich könnte mal alles durchjagen. Nickel und Nickel. Der ist ja eh noch an. Dann mache ich die Sachen mal leer. Und esse nebenher ein bisschen was. Während ich in Richtung meines Bettes gehe. Wir bauen auch dann irgendwann nochmal... Müssen wir uns überlegen, wo wir das Haus hinbauen, wo wir die Küche reinbauen. Also das wäre ja auch nochmal ein Wohnhaus, wo die ganzen ersten Sachen drin sind. Unten drunter dann eher. So. Das ist ja beim Universum Engineering Haus hier. Das wollte ich auch noch anfangen, ne? Nee. Jetzt kommen still die Sachen dazwischen. Dann kann ich theoretisch die Oak Trimms und den Drawer-Controller auch da reinpacken. Na, und wer hat die Äpfel reingepackt? So. Genau. Wir brauchen auch nach Hause, wo wir die ganzen Bäume hinpacken. Was dann auch alles hier automatisch ins E-System geballert wird. Machst du schon fleißig? Ja, du machst schon fleißig. Jawohl. Nickel-Ingets. Da haben aber einige, ne? Zwölf Blöcke. Ja, guck mal an. Ich helfe mal nach. TV Gelderland 2021